Einen wunderschönen guten Morgen zu Tag 11 im Double Feature mit Tag 12, morgens und nachmittags heute wieder, da ich jetzt aneinander gearbeitet habe und einfach dann ein bisschen chillen wollte. Also Tag 11 nun und Tag 12 später. Bis zum nächsten Mal. 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 Tag 11, Tag 12 am Nachmittag. Viel Spaß.